Herzlich Willkommen zu dem letzten Teil von Half-Life 2 Lost Coast. Ich bin's mal wieder, der Hannibal. Und naja, es geht doch nichts über eine vollständige Trilogie, oder? An DLCs. Was mich so ein bisschen wundert, es gab kein Intro, kein gar nichts, wir sind einfach hier. Das letzte Teil, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass Eli gestorben ist. Am Ende von Episode 2, was jetzt auch schon etwas über eine Woche her ist. What the fuck? Wir sind jetzt hier, ja eigentlich um dieses eine Schiff zu zerstören, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe in diesen eineinhalb Wochen. Und warum sind wir hier und haben nur einen Revolver? Und wo zur Hölle sind wir und wo zur Hölle ist Alex? Warum ist Alex immer weg? Ey du, hast du Alex gesehen? Hey, du da! Wart mal, bist du nicht? Gordon Freeman. Du bist's, du bist dieser Forschertyp. Friedman, Fishman. Hab ich recht? Freeman! Du bist bestimmt hier, um's mit den Kombinen aufzunehmen. Weißt zwar nicht, was einer alleine erreichen kann, aber sonst besucht man St. Olga nicht in solchen Zeiten. Ich bring dich da hin, wo die Basis ist. Oder so weit wie ich kann wenigstens. Alter, wenn du wüsstest, wie viele Kombinen ich schon ins Grab gebracht habe, ey. Du hättest ne ganz kleine Klappe. Oh, what the fuck? Und merkt ihr meinen Namen? Es ist Freeman! Gordon, motherfucking, Dr. Mead, Gordon, Freeman, Dent! Da ist Supplies, oder? Ne, doch nicht. Lass mich nur das Tor für dich aufschließen. Doch, Supplies. Hm, ich hab den Schlüssel hier. Irgendwo? Hey, ich hab ja mal eine ganze... Okay, vielleicht doch nicht alle Waffen. Mach dich jetzt auf den Weg. Zerstör die Waffe und trödel nicht. Vielleicht doch nicht alle Waffen. Aber das Wichtigste, ich hab mein Gravitron. Ich hab mein Gravitron, das ist das Wichtigste. Mach dich jetzt auf den Weg. Zerstör die Waffe und trödel nicht. Bla, 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 Mist. Ich bin Mr. Freeman, ich bin der Einzige, der hier bla, bla, bla machen darf. Bla, 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 Mr. Freeman-Style. Und das wäre doch hier nach... Secret aus. Oder auch nicht. Useless. Mann, könnt ihr zielen. Aua. Irgendwann hätte ich jetzt doch Schaden gemacht. Weg damit! Kannst du behalten! Wuuh, jetzt kommen gleich die Fickenschütze. Uuh, an der Wand getackert. Hei, 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 hei. Hei, ich hab mein Sniper. Cool, ich hab mein Sniper. What the fuck? Ähm... Okay. Ist nicht Dass ihr es auch nie lernen werdet Ups So war das nicht gedacht Kiste So war das Ganze gar nicht gedacht Vielleicht bin ich schon wieder auf dem richtigen Weg Was zur Hölle ist mit diesen Kisten Aua Was ist hier explodiert und warum ist die Kiste so stabil Holy fucking shit Also irgendwie finde ich das hier noch ein bisschen seltsam In Lost Coast Ganz ernsthaft Jetzt bin ich aber erstmal nach hier oben Außerdem ist hier noch eine Kiste Mit einem Muni Ach die machen mir hier die Sniper kaputt Das finde ich ja ganz lustig Und wisst ihr was Ich hab einen Sniper Was habt ihr Ich hab einen Sniper kaputt Ich hab einen Sniper kaputt Aber dann hab ich den Bolzen To der Schulter Und was rauscht der immer irgendwo rein Ich kann mich noch nicht so ganz mit diesem DLC anfreunden, was vielleicht dann auch an diesem seltsamen Start liegt. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich mag dich auch nicht. Ich mag dich auch nicht. Ich mag euch alle nicht. Versteht ihr es? Ich mag euch nicht. Blablabla. Blablabla. Weißt du, wie gefährlich ist es hier? Hier kann man ganz einfach runterfallen. Da macht man sowas nicht. Hallo? Alter, geh mir auf den Keks. Schichtkontakt, Schichtkontakt, Blablabla. Schichtkontakt, Schichtkontakt, Blablabla. Alter, geh mir nicht auf den Keks mit eurem Sichtkontakt. Alter, haltet die Fresse, Combine. Sonst stopfe ich's euch. Hm. Man kann sich jetzt nicht umsonst den Raketenwerfer hingehauen, oder? Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Äh, da bist du ja... Da bist du ja Franzi Wayne. Meine treuester Vodentin einfach. Meine treuester Vodentin und eine quasi-Freundin. Äh, Freund-din. Bäh, ich kann nicht reden. Ich bin zu geflasht von allem hier. Echt mit der Papst! Heil, Papst, Freeman! Der Papst mit der Brechstange! Ich glaube nicht, dass das hier eigentlich eine Standardausstattung einer Kirche ist. Oder das hier. Oder das hier. Gefällt mir nicht. Also, es klingt nicht tot, aber... Es heißt nichts Gutes. Ach, das ist ne Kanone! Hier werden die ganzen Dinge abgeschossen. Moving cards can crush and cut. Keep hands and objects clear while operating. Soll ich da jetzt ne Rakete reinhauen? Ich probier's einfach mal. Ich hafte für gar nix. Ich hafte für nichts. Okay, das war's schon mal nix. Das ist ne, wenn wir jetzt dann einfach mal warten, bis abgefeuert wird, und dann sowas hier machen. Ha! Ich hab euer schönes Ding aus am Betrieb genommen. Ha! 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 Hey, Headcrab! Und ich hab' den Combine. Ich weiß nicht, was ich für weniger mag. Headcrabs oder Combine. Ist denn noch eine? Was sagt ihr, er benutzt Headcrabs als Munition oder was? Oh, oh, da ist ein Heli. Mist. Headcrab? Wo? Da! Genau, immer auf die Headcrab! Ignoriert Freeman! Ignoriert Freeman! Freeman! Ignoriert Freeman! Natürlich Widerstand! Habt ihr erwartet, ich bin Gordon Freeman, natürlich leistet ich Widerstand. Long Range Shotgun! Hehehehe! Long Range Shotgun! Long Range Shotgun! Moment mal! Ich hör' schon wieder Ding, Ding, Ding? Ist hier schon wieder irgendwo einer? Ich mach' Fotos von dir, obwohl du's gar nicht willst! Ey, wehe, wenn ja! Dann gibt's auch Frisse! Fragen sie erst mal, wo soll ich hin? Hä? Ach, das ist Ding, 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 Ding! Ups! Tschuldigung, hab' dich nicht gesehen! Tschuldigung! Kannst du mir nicht zum Vorwurf machen, ich hab' dich nicht gesehen! Dann springen sie auch einfach die Tür auf! Oh, ne! Natürlich! Oh, na, 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 tschakka, tschakka! Natürlich darf ich den Heli abschießen! Ich bin ja Gordon Freeman! Mit mir kann man's ja machen! Ich bin ja Gordon Freeman, mit mir kann man's machen! Oh. Judith hat den Heli im Geri im Geri durch. Weissens gehen diese Hoops-Hooops-Hooops-Hooops-Hooops. Schneller drauf als die deraçãochildren, ne, falsches Spiel. Von diesen anderen Viechern halt Das war aber jetzt irgendwie fast schon zu einfach Denn wir haben sich hier keine Mühe gegeben, oder... Ich bin OP Freeman Okay, ich bin sowieso OP Freeman, aber trotzdem Ihr wisst, worauf ich hinaus will Ah Ich fühle mich sehr sicher hier Nicht Hier gibt's doch irgendwas Man kann doch nicht umsonst hier lang Oder muss man hier lang Wenn ja, dann will ich hier nicht lang Gordon Freeman hat's selber schon mal gesagt Ich gehe überall dahin, wo ich nicht hin soll Ich gucke für optional Allerdings glaube ich, hier gibt's nicht viel Optional, als außer den Tod Und das ist keine Option Ja, Wortwilds for the win und so Ich suche nach optionalen, aber... Der hier Tote Ist nix Bin ich hier überhaupt richtig? Ich hab keinen Plan von irgendwas Aber ich bin Gordon Freeman Also wird schon alles irgendwie schief gehen Ach, sonst kannst du immer irgendwie Geschichte... Du hast es geschafft! Komm mit mir nach St. Olgan Diesen Sieg werden wir ganz groß feiern Ich hoffe, du magst Regeln Okay, ich bin wieder am Ausgangspunkt Ich verstehe gar nicht, warum ich wieder am Ausgangspunkt bin Schätze, du musst wieder weiter Ich bin wieder am Ausgangspunkt Und das ist ja... Ähm... Wie jetzt? Wie jetzt? Das war alles Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ähm... Und davon erwartet ihr eine Wertung von mir? Maar, wunders ist es keine achievements gibt Das Ding ist nicht wert, also... Höhöh... D... Dit es gar nix! Dit es so... Hingekleistert Da habt ihr und nun seid glücklich. Das ist so ein Atrostpflaster. Ich hab gedacht, das wäre Episode 3 oder das es halt Lost Coast heißt. Aber Lost Coast ist wirklich hier verloren. Bei dem Ding, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist ja... Ich kann wundern, dass ich gedacht habe, das Ding ist unausgereift wie noch was und überhaupt und keine Story und wo ist Alex und bla. Das ist gar nichts! Tja, soviel zu meinem ach so tollen neuen Projekt und neues Let's Play Teil und Trilogie vollständig machen von Half-Life 2. Naja. Wie ich darüber denke, werdet ihr wohl jetzt schon mitgekriegt haben. Also es ist eher... Wa, 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 wa... Nicht gut geworden. Naja. Haben wir es hinter uns. Heißt, Half-Life 2 ist ganz durch. Naja. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin. See ya, Leute.